Hallo zusammen! Weihnachtskarten mag ich eigentlich gar nicht und schon gar keine Weihnachtskarten schreiben und trotzdem ist es mir wichtig, dass wir aus der ärztlichen Direktion einen kurzen Gruß zu Weihnachten an Sie als Mitarbeitende schenken. Einen kurzen Rückblick, was war dieses Jahr 2023? Es war das erste Post-Pandemie-Jahr und gleichzeitig hat uns Corona schon wieder fest im Griff. Ich weiß, Sie als Mitarbeitende leisten Ihren Beitrag für die Versorgung der Patientinnen in Stadt und Landkreis Fürth jeden Tag auf der Station und auch in vielen anderen Bereichen. Und wir haben da gerade im Moment wieder riesen Herausforderungen, weil wir einen hohen Patientenzustrom haben und gleichzeitig viele Krankheitsausfälle im Personal. Dazu haben wir ja auch mit Markus Fürth vor kurzem noch mal ein Video gemacht, wie wir damit umgehen. Und dennoch ist es mir ein Anliegen, Ihnen meinen Dank auszusprechen. Aus der ärztlichen Direktion heraus für Ihre Arbeit. Ich fange mal bei den nichtärztlichen Bereichen an und ich habe es mir ein bisschen aufgeschrieben, vielleicht werde ich auch einige vergessen. Sie arbeiten in den verschiedensten Funktionen in der Pflege, die Therapeuten, die Technik, die Hauswirtschaft, die Küche, das Lager, der Transport, die Bettenaufbereitung, die verschiedenen Bereiche in der Verwaltung, die Apotheke und und und. Bitte nicht sauer sein, wenn ich jemanden vergessen habe, aber Sie alle leisten Ihren Beitrag dazu, dass wir hier unsere Patienten auf so einem hohen Niveau versorgen können und dass die sich auch so wohlfühlen bei uns. Und das kriege ich immer wieder von den Patienten auch rückgemeldet. Und ich möchte Ihnen auch ganz besonders dafür danken, dass Sie das Klinikum Fürth mit Ihrer Arbeit, aber vor allem auch mit Ihrer Zusammenarbeit immer wieder zu einem familiären Ort machen, wie es in unserer Vision auch steht, zu einem Ort der positiven Begegnung. Und das bei allem Stress, bei allen Unzulänglichkeiten, die wir auch haben, merke ich doch, dass die meisten hier gerne herkommen und deswegen gerne herkommen, weil wir hier gut miteinander umgehen und das sollten wir uns behalten. Als ärztlicher Direktor ist es mir aber natürlich auch vor allem ein Anliegen, mich bei allen Ärztinnen und Ärzten aus unserem Team zu bedanken. Sie machen hier einen hervorragenden Job und Sie leisten wirklich eine medizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Und da brauchen wir uns hier im Großraum wirklich nicht zu verstecken vor den anderen großen Playern und den anderen Krankenhäusern. Ich glaube, wir sind eine hervorragende Klinik mit einem hervorragenden medizinischen Leistungsspektrum und mit einer medizinisch guten, aber auch menschlich guten Behandlung. Und das ist Ihr Werk und dafür mein ganz herzliches Dankeschön. In meinem Podcast in der Pandemie bin ich ja meistens immer mit einer positiven Geschichte geendet und ich möchte Ihnen heute was erzählen, was ich an der langen Nacht der Wissenschaften hier erlebt habe. Da war es nachts um halb zwei und wir hatten drüben in dem Aufenthaltsraum für die Mitarbeitenden noch ganz viel an belegten Brötchen und Chili und sowas übrig. Und ich habe mir so zwei Tabletts geschnappt und bin hier durch die Stationen gegangen. Und ich habe keinen einzigen und keine einzige unfreundliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter erlebt. Bei all dem Stress, den wir auch in den Nachtdiensten vor allem haben, bei der großen Belastung. Es war überall eine freundliche Stimmung, eine freundliche Atmosphäre. Ein Dankeschön, dass wir das machen und vor allem auch so diese Bereitschaft einfach freundlich und nett miteinander umzugehen. Und das möchte ich gerne, dass wir das behalten. Ich wünsche mir von uns allen, dass wir diese Stimmung, diese familiäre Atmosphäre in das neue Klinikum Fürth mit hinübertragen, weil ich denke, das macht uns aus. Bleibt mir zum Schluss aus der ärztlichen Direktion heraus, auch im Namen von Christoph Raspe, meinem Stellvertreter, Ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für das neue Jahr. Ihnen und Ihren Liebsten, wenn Sie Dienst haben, möglichst ruhige Dienste, wenn Sie frei haben, wirklich ein paar schöne Stunden mit Ihren Familien. In diesem Sinn alles Gute und alles Gute fürs neue Jahr.